Todeskampf eines britischen Rindfies. Unter Qualen wird das Tier buchstäblich verrückt, sein Gehirn ist porös wie ein Schwamm. Endstadium einer unheilbaren Tierkrankheit, die auf der Insel Mad Cow Disease heißt, zu deutsch Rinderwahnsinn. Tierarzt Malcolm Mortland bereitet einmal mehr den Gnadentod vor. Vor rund zehn Jahren kam die schauerliche Seuche erstmals zum Vorschein, seither grassiert sie unaufhaltsam. Ich habe ungefähr drei Fälle am Tag, 15 in der Woche. In England sind bislang 90.000 Rinder verendet. Die ersten Fälle tauchten auf, weil verseuchte Schafkadaver ins Futter gemischt wurden. Seither zerfrisst ein rätselhafter Erreger bei immer mehr Rindern die Nervenzellen im Hirn. Im Fachjargon heißt der Prozess kurz BSE. Die Zahl der BSE-Fälle nimmt immer noch zu, Jahr für Jahr um rund 20 Prozent. Dabei sollten die Zahlen sinken, glaubt man der Regierung, aber ihre ganzen Voraussagen und Maßnahmen sind falsch. Ein Todesfall im englischen Dorf Simister nährt nun die Furcht, dass der Rinderwahnsinn auch auf Menschen übertragbar ist. Eine Kuh des Farmers, Peter Warhurst, krepierte hier vor drei Jahren an BSE. Jetzt starb der Farmer an einer ähnlichen Krankheit. Sohn John hat den Hof mit 110 Rindern übernommen. Bis letzten Sommer schien der 61-jährige Vater noch kerngesund. Dann zeigten sich erste Symptome der Gehirnerkrankung. Doch zunächst nahm sie niemand ernst. Erst hatte er leichte Kopfschmerzen, dann wurde seine Sprache immer schleppender. Erst sprach er langsam, dann bekam er die Worte gar nicht mehr heraus. Er wusste, was er sagen wollte, aber er brachte sie einfach nicht heraus. Das frustrierte ihn und machte ihn wütend. Und dann wurde es nach und nach immer schlimmer. Drei Monate später war Peter Warhurst tot. Wie die Obduktion ergab, litt der Farmer an der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, dem menschlichen Pendant der Tierseuche. Sein Gehirn durchlöchert und geschrumpft, genau wie bei einem BSE-infizierten Rind. Fachleute schließen nicht aus, dass der Farmer sich Jahre zuvor bei seiner BSE-kranken Kuh angesteckt hat. Sicher ist, dass er lange Zeit arglos ihre Milch getrunken hatte. Der Sohn mag darin nichts Gefährliches sehen. Wir haben alle die Milch unserer Kühe getrunken. Ich glaube, jeder Farmer in diesem Land trinkt die Milch direkt aus seinem Sammeltank. Sie ist weder pasteurisiert noch sterilisiert. Diese Milch schmeckt einfach am besten. Wenn Sie mir eine Tasse Tee mit behandelter Milch geben würden, könnte ich sie nicht trinken. Sehen Sie, meine Frau zum Beispiel, sie hat gerade die Milch aus dem Tank geholt. Auch sie trinkt Milch, die direkt von den Kühen kommt. Die Mär von den glücklichen Kühen passt längst nicht mehr zur britischen Realität. Täglich werden rund 150 verseuchte Kadaver vernichtet. Derweil bestreitet das Agrarministerium jeden Zusammenhang zwischen dem Hirnfraß bei Tieren und dem Hirnfraß bei Menschen. Seit dem Tod des Farmers sind die Beamten besonders verbissen. Jeder, der die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit bekam, in diesem Land sind das etwa 30 Fälle pro Jahr, hatte irgendeinen Beruf. Wollen Sie sagen, diese Leute hätten sich die Krankheit alle bei der Arbeit geholt? Und wenn nicht, warum picken Sie dann diesen einen Fall heraus? Obwohl wir eine hohe BSE-Rate haben, hat sich die Verbreitung von Kreuzfeld-Jakob nicht verändert. Wir haben die gleiche Häufigkeit wie jeder andere Staat in der Ägie und wie jedes Land, das zuverlässige Statistiken führt. Von solchen amtlichen Beschwichtigungen halten unabhängige Forscher überhaupt nichts. Mikrobiologe Richard Lacey aus Leeds fürchtet gar, dass die Tierseuche, etwa über die Nahrungskette, auf Menschen übergreifen könnte. Der erste Hinweis ergibt sich aus Experimenten mit anderen Tieren. Sie haben bewiesen, dass BSE nicht nur auf Rinder, Schafe, Ziegen und Mäuse übertragbar ist, sondern auch auf Schweine und Affen. Wenn es also Schweine und Affen bekommen können, deren Gewebe unserem sehr ähnlich ist, dann müssen wir annehmen, dass auch wir anfällig sind. Der Seuchenerreger aus Eiweiß löst eine unaufhaltsame Zerstörung des Gehirns aus. Je mehr sich dieses abnorme Eiweiß in den Nervenzellen ablagert, desto mehr zerstört es die Zellen. Die Folge ist diese Verschrumpelung. Die Veränderung ist dramatisch, die Folgen für den Menschen sind katastrophal. Die Leute verlieren ihr Gedächtnis, sie erkennen ihre Verwandten nicht mehr, werden bettlägerig. Am Ende sind sie zu gar nichts mehr fähig und sterben in einem Zustand völligen Wahnsinns. Lebensgefährlich oder nicht, das Rindfleisch von der Insel ist ein höchst kostbares Wirtschaftsgut. Die Exportquoten sind trotz des Skandals auf Rekordhöhe. Nach der offiziellen Statistik landeten allein im letzten Jahr 1400 Tonnen Britenbeef im Wert von 14 Millionen Mark auf deutschen Esstischen. Nicht eingerechnet die Grauimporte. Auf ihre Produkte will die Farmerlobby partout nichts kommen lassen. Die Rinderzucht ist ein wichtiger Teil der englischen Landwirtschaft, deshalb ist es uns wichtig, dass die Öffentlichkeit davon überzeugt ist. Das Rindfleisch ist sicher. Ist es sicher? Ich habe keinen Grund, das nicht zu glauben. Essen Sie Rindfleisch? Ich esse es und aber bleibt es. Verharmlost und vertuscht wird auch die Gefahr, die von Kälbern ausgeht. Dabei ist inzwischen zu befürchten, dass vom Rinderwahnsinn befallene Kühe die Krankheit an ihre Nachkommen weitergeben. Wenn sie dann mit wenigen Monaten geschlachtet werden, weiß niemand, ob sie verseucht sind oder nicht. Das Futter, das die Seuche hervorrief, wurde Ende 1988 verboten. Die kürzeste Inkubationszeit bei Kühen ist aber vier Jahre. Diese vier Jahre haben wir gerade erst hinter uns. Es ist also zu früh, etwas zu sagen. Wenn wir annehmen, dass der Erreger auch in Kälberhirnen vorkommt, sollten wir sie nicht essen. Wir tun es aber immer noch. Die jahrelange Inkubationszeit, in der die Krankheit vielleicht schon wirkt, aber noch nicht zum Ausbruch kommt, wird in England einfach ignoriert, aus Rücksicht aufs Geschäft. Ganz offiziell dürfen Kälber ohne jede Untersuchung in die EG exportiert werden. Farmer John Seas aus dem südenglischen Lydden verkauft jedes Jahr mindestens 100 Jungtiere. Ist es gesund? Ja. Woher wissen Sie das? Naja, er läuft, hat alle Augen, die Mutter kümmert sich um ihn und er trinkt. Der ist in Ordnung. Die Seuche in Großbritannien grassiert, doch die Veterinäruntersuchungen werden nicht etwa verschärft, im Gegenteil. Für die Farmer gilt, Kontrolle entfällt, Vertrauen ist besser. Das ist das Papier, das gilt für den örtlichen Rindermarkt in Ashworth. Export von Rindfleisch aus dem Vereinigten Königreich in EG-Staaten. Meinen Tieren, die zum Schlachter gehen, bescheinigt es, dass ich innerhalb der letzten zwei Jahre keinem BSE-Fall auf meinem Gut hatte. Wird dieses Dokument noch von einem Tierarzt kontrolliert oder füllen Sie dasselbe aus? Wir machen dasselbe, aber wenn wir einen BSE-Fall gehabt hätten, könnten wir das natürlich nicht tun. Die Hauptroute der Kälbertransporte auf den Kontinent führt über den Fährhafen von Dover. 415.000 Kälber wurden 1992 insgesamt in die EG verschifft. Angeblich landeten davon ganze 82 in Deutschland. Die offiziellen Statistiken scheinen so löchrig wie die Hirne der verrückten Kühe. Weil vor allem deutsche Verbraucher so sensibel auf britisches Fleisch reagieren, werden die Kälber zum Beispiel in Holland mehrere Wochen lang gemästet und dadurch gleichsam eingebürgert. 180.000 britische Kälber wurden so letztes Jahr zu Holländern umfrisiert. Die Kälber bekommen in Holland noch eine andere Ohrmarke mit neun Ziffern und einem Streifencode. Damit können wir jederzeit die Herkunft erkennen und dafür sorgen, dass die Kälber mit sechs Monaten geschlachtet werden. Mit der Schlachtung verschwindet der verräterische Ohrschmuck. Jetzt weist ein Herkunftsstempel das einst britische Kalb als niederländisches Produkt aus. Ausfuhrkontrolle nach Deutschland gibt es nicht. Nach EG-Recht ist das sogar erlaubt. Dieses Kalbfleisch darf dann legal nach Deutschland importiert werden. Und ist das dann als englisches oder als holländisches Kalbfleisch deklariert? Die Kennzeichnung ist immer von dem Betrieb oder von dem Land anzugeben, in dem es geschlachtet worden ist. Hier wären das die Niederlande. Aus Metkaulanten auch bei uns auf den Tisch. Koteletts und Kälberhirne, Beef und Buletten. British Roulette mit unabsehbaren Folgen. Natürlich gibt es derzeit noch keine Klarheit. Denn wenn sich Menschen, und sei es vor 1989, angesteckt haben, dann dauert es wegen der sehr langen Inkubationszeit noch rund 25 Jahre, bis wir wissen, ob sie die Krankheit bekommen. Deshalb kann die Regierung sagen, es gibt keinen Hinweis auf eine Ansteckungsgefahr. Und das sagt sie ja auch dauernd. Während wir hier reden, sitzen wir mittendrin in einem medizinischen Großversuch. Bis zum bitteren Ende dieses Experiments am lebenden Menschen gilt in der britischen Fleischindustrie Business as Usual. Ein Spiel ohne Grenzen. Auf der Insel ist indes ein neuer Wirtschaftszweig entstanden. Tierkrematorien, die sich ausschließlich um die Feuerbestattung BSE-verseuchter Tiere kümmern. Der helle Rinderwahnsinn. Der Helle Rinderwahnsinn. Vielen Dank.